Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch zeigen, was es mit dem nächsten Teaserbild auf sich hat, das heute erschienen ist. Morgen werde ich leider nicht direkt das Teaserbild vorstellen können, weil ich beim Sport bin und kann das glaube ich erst frühestens um 19 Uhr vorstellen. Trotzdem werde ich es natürlich da direkt machen, um euch immer auf dem Laufenden zu halten. Erstmal sieht man hier auf jeden Fall einen Phönix, also generell einen Drache oder einen Vogel und mit dem Text dann eben halt Erwecke Bestien aus Feuer und Asche, stell dich dem Kampf und füll deine Tasche. Aus Feuer und Asche, da stehen ja immer Phönixe, deshalb muss das ein Phönix sein und der sieht auch sehr phönixmäßig aus. Sind ja auch Bestien, stell dich dem Kampf, ist die Frage. Wir haben ja jetzt schon zwei Monster im Prinzip, den Phönix und die Schlange. Und stell dich dem Kampf, wenn das, genau wir haben einmal die Schlange, wir haben den Phönix und wir haben Piraten. Stell dich dem Kampf, gegen alle drei kämpfen und dann eben halt den Staff von denen einsammeln. Wenn man die tötet, tragen die sicherlich etwas bei sich, was wertvoll ist und damit kann man immer die Tasche füllen. Wenn man das Ganze jetzt nach dem gleichen Schema hier heranfügt, kommt der Mund des Skins schon zur Geltung. Hier im Mund ist eben halt der Phönix und dann fehlt uns morgen noch hier das linke Bild und ich habe eine Theorie aufgestellt und zwar sieht ja der Skin schon so ein bisschen aus wie das hier. Beziehungsweise Theorie Nummer zwei und neben dem Feuerkönig, der ja auch mit Flammen ist, weshalb ich auf die Idee gekommen ist. Weiß jetzt nicht, ob ich hier direkt ein Bild finde. Aber die sehen ja auch sehr ähnlich aus, hier die Haskelings. Und ich glaube, ich finde jetzt hier kein direktes Bild. Doch, hier genau. Guck mal, das Bild, wenn man das mit dem hier vergleicht, schon ein bisschen ähnlich. Offener Mund, relativ schmale Backen, hier auch. Immerhin immer ganz offen, ziemlich große Augen. Das passt schon dahin und es würde auch nochmal auf die Theorie hindeuten, dass zur Season 8 Rette die Welt kostenlos wird. Schreibt gerne mal in den Kommentaren, was ihr von dieser Theorie haltet. Und ob ihr noch weitere Ideen habt, was es damit auf sich haben könnte. Auf jeden Fall war es das jetzt erst mal mit dem Video. Und dann könnt ihr auch gerne noch immer ein Abo und ein Like da lassen, um keine Streams und neue Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Bis dahin. Ciao.